Wien, Heldenplatz Der glanze Heldenplatz Türka versaggerte in maschenhaftem Männchen Meere, drunter auf Frauen, die ans Maskelknie zu heften, heftig sich versuchten, hoffens dick und brüllten wesentlich. Verwogener Stirnscheitel unterschwang nach Nöten nördlich, kechelte mit zu nummernder, aufs Bluten feilzer Stimme, hinsensend semmertliche Eigenwäscher. »Pirsch«, döppelte der Gottelbock von Saatz zu Saatz, mit hühnig-sprengkem Stimmstummel, balzerig würmelte es im Männchen See, und den Weibern ward so pfingstig, um's Heil zu mahnen, wenn ein Knieänder sie hirschelte. Wien, Heldenplatz Der zwölfjährige Jandel war Zeuge der pompösen Befreiungskundgebung im März 1938 auf dem Wiener Heldenplatz, als Hitler verkündete, »Als Führer und Kanzler der deutschen Nationen des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich!« Auf seine Weise erzählt Jandel seine Eindrücke vom Ereignis und vermengt dabei die Wahrnehmung des Kindes, daß sich keinen angemessenen Reim auf das Geschehen machen konnte, mit dem Wissen des 36-Jährigen, was aus all dem noch folgen würde. Der glanze Heldenplatz circa Diesen Vers kann man fast übersetzen. Ungefähr der ganze vom übertriebenen, hohlen Nazi-Pathos glänzende Platz Versaggerte in maschenhaftem Männchenmeere Ein Meer aus Männchen statt einer Menschenmenge Maschenhaft statt Massenhaft Je länger man diesen Wortneuschöpfungen zuhört, desto mehr Assoziationen stellen sich ein, die sich auf den Stacheldraht der KZs beziehen können, auf eine Masse an biologische Männchen, also letztlich Nichtmenschen, in der der Platz versaggerte. Allerdings drunter auch Frauen, die ans Maskelknie zu heften, heftig sich versuchten, hoffensdick. Die begeisterten Nazi-Frauen sind demnach bereit, sich von maskulinen Knien bis auf Kniehöhe erniedrigen zu lassen, worauf auch immer in erotischer oder sonstiger Hinsicht hoffend, sogar geradezu dick vom oder im Hoffen. Und brölzten wesentlich Das Z, wie wir es in Nazi oder in KZ hören, macht den Unterschied deutlich zwischen gewöhnlichem Brüllen und dem tierhaften Brölzen des Nazis. Verwogener Stirnscheitel unterschwang Hitlers Auftritt Sein Haar schwingt vom berühmt-berüchtigten Seitenscheitel in die Stirn herunter, allerdings verwogen statt verwegen, also in irgendeiner Form als Verirrung. Nach Nöten nördlich kechelte mit zu nummernder, aufs Bluten feilzer Stimme, hinsensend semmertliche Eigenwächer. Man kann kaum anders als an Chaplins Parodie auf Hitlers Redestil in »Der große Diktator« denken. Der österreichische Hitler, den seine persönliche Not nach Norden, also Deutschland, trieb, hechelt und köchelt mit zunehmender, nein, geradezu zu nummernder Stimme, als wenn mit ihr jetzt schon kalt die künftigen Verbrechen abgezählt werden, denn sie ist aufs Bluten feils, was eine besondere den Nazis vorbehaltene Form der Gewaltgeilheit ist. In Worten wird schon gemordet, die Massen hingesenzt. »Pirsch«, döppelte der Gottelbock von Saatz zu Saatz. Ein Pseudo-Jägerdeutsch, ein lächerliches Gottel statt einem Gott wird zu einer Art Doppelbock und seine Sätze verführen als »Azung«, Jägerdeutsch, »Fütterung«, das dummpöbelige Männchenviehzeug mit »hühnig sprengtem Stimmstummel«. Die abgehackten Sätze, die Hühnenhaftigkeit ausstrahlen wollen, die aber aus der Stimme des Redners den Stimmstummel eines gewissermaßen sprengenden Henkers macht. Besser kann man den Eindruck einer Hitlerrede kaum darstellen. Balzerich würmelte es im Männchensee. Das ist die Hitlerbegeisterung, »Animalischer Erotikersatz« für »Männchen«, »die balzerig würmeln«, »wie weit kann man sich vom Menschsein entfernen?« »Und den Weibern ward so pfingstig ums Heil«. Die dämonische Karikatur des Pfingsterlebnisses. In quasi-religiöser Verzückung kommt über die Weiber das »Heil Hitler« statt dem Heiligen Geist, auch hier in einer Art Ersatzerotik, die sie pfingstig statt brünstig macht. Zumal, wenn ein Knieänder sie hirschelte. Es ist keine sexuelle Perversion denkbar, die es mit dieser abartigen Verzückung aufnehmen kann, wenn sich diese Weiber vom Knieänder hirscheln lassen. Er trägt ein Geweih mit lauter Knien, von denen sie gehirschelt niedergedrückt sein wollen. Das passt durchaus zu der Rolle, die der Nationalsozialismus der Frau zudachte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020